Hallo euer Weikun, da mit rechts hast du kommst auf den roten Kanal und zurück zu SETTEN CALL EPILOUND. Wir haben ja letztes Mal einiges schon erreicht, ne? Würde ich sagen. Wir sind jetzt glaube ich in 8.3, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist so cool gemacht, finde ich. Wow. Also ich finde es wirklich cool gemacht. Nights Ray. Zur Zeit kommen einige gute Sachen raus, finde ich. Finde ich. Und es ist schon mal von Vorteil, ne? Wenn bisschen was rauskommt. Nicht, dass wir noch irgendwo was machen müssen. Oh Jesus, ja. Finde ich wieder ganz gehypt, ja. Oh Jesus, ja. Finde ich wieder ganz gehypt, ja. SETTICON! Really? Genau, genau. Dieses Voice Acting finde ich so mega geil. Die ist schon cool gemacht. Es ist zwar nicht so schwierig oder ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Es ist eigentlich simpel gestrickt, das Spiel. Aber es macht trotzdem riesig Spaß. Vor allem die düstere Atmosphäre. Die macht mir so Spaß. Es ist genauso mein Ding, wo ich so... Hau los ab, ja. Warum kommt keiner in der Mitte? Hier kommt auch noch keiner. Jetzt kommt schon wieder hier hin. Dieses... Wo einen beruhigen soll, verstehst du? Aber mich beruhigt es ja gar nicht. Keiner ist, verstehst du? Dieser crazy hier. Ich liebe es! Ich liebe es! Ich liebe es! Ich drehe noch auf dem Rad, ja. Wie viel haben wir denn? Zu, ähm. Wenn keiner kommt... Wieso kommt keiner in der Mitte? Frag ich mich. Also kommt wirklich keiner in der Mitte? Mach mich bitte nicht verrückt hier. Mach mich bitte nicht verrückt hier. Ich... Ich dreh noch am Rad. Ach, da greife ich die Hose. Vergisse. Hau los ab, ja. Du hast ja nichts verloren. Bloß sicher. Warum guckt keiner in der Mitte? Versteh ich nicht. Wir haben ja schon die dritte Nacht. Und nicht einmal kam einer in der Mitte. Und nicht einmal kam einer in der Mitte. Fast hat man in der Mitte eine Tür. Ich weiß es nicht, Leute. Weil es ist cool. Ich weiß es nicht so gut. Ich will es einfach zu... ... nur... Die Musik. Die Musik. Die Musik. Die Musik und die Fahrt. crazy nö, nö, ich käu' jetzt bald nicht mehr ne, das macht einen Möhrbind im Kopf, verstehst du? wenn keiner kommt kommt keiner mehr ich trau' dem Frieden nicht, verstehst du? haut bloß ab, ja dich hat keiner eingeladen nicht auf meiner Party, verstehst du? ich komm doch mal einer in der Mitte zur Abwechslung hä, wie wär das? vielleicht auch mal einen sehen in der Mitte wie wär das? Kollege? Schnürerschuh? jetzt kommt keiner really? geholfen ha 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 hat er gedacht, er kann mich verarschen, ne aber nicht mit dem rostigen Mann nicht mit dem alten Mann nicht mit dem alten Mann nicht mit dem alten Sack hier schlappohr, komm das kommt mir so bekannt vor die Melodie kommt mir bekannt vor woher kenn ich die Melodie irgendwie aus dem Film Mittelalter wenn ihr's wisst, schreibt's was bitte in die Kommentare weil ich euch sehr dankbar weil ich möchte nämlich wissen ich bin immer nicht sehr neugierig wissen, 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 wissen das weiß wird's wissen Leute, wie fürcht' denn eigentlich? Hau ab, Herr du hast ja nix verloren du nicht Pfeife M Schlappohr, habt ihr gewusst, dass das Schlappohr kommt? Strike Night pass Night pass, gut Job Ja, das Deadmüllsch dir aber raten, dass es ein guter Job ist Night 4 Wir sind jetzt schon mittlerweile in der Nacht 4 How is he still alive? Something in there must be helping him Guiding him for the team So one of the specimens became 17 I'm afraid so Sagt er Ich find die Zwischensequenz immer so cool Das zeigt, dass sich jemand da Arbeit und Mühe gemacht hat, versteht ihr? Das muss man ja mal renovieren Gerade wenn man sieht Was ich in letzter Zeit ja gespielt habe und auf dem Kanal rausgebracht habe Ist wirklich zu 90% Schrott gewesen Und jetzt bin ich grad froh, dass so Spiele zur Zeit rauskommen, verstehst du? Höhöhöhöh Aber auch keiner in der Video Guck, guck ob man hier irgendwo was machen muss Höhöhöhöh Herr Lachter Hör auf zu labern Das stört mich Höhöhöhöh Und dann diese Musik Das passt voll dazu Zu der ganzen Atmosphäre Wisst ihr so Solche Musik Zu einer düsteren Atmosphäre Oder Location Das passt voll wie Faust aufs Auge Genial Also ich mach Also ich mach Also ich mach Ich mag sein Und so einfach Und so einfach Halt mal, halt mal, halt mal, warte Ich hab gedacht, warte Warte Wenn das aber da kommt, versteht ihr? Es wird schon ein bisschen heftiger Hab ich das Gefühl Aber ich muss hier schon ein bisschen den Arsch drehen, ne? Ich hab immer nur links, rechts, links, rechts Versteht ihr? Er kommt schon wieder In der Mitte Habt ihr gesehen? In der Mitte Jetzt kommt auch noch einer in der Mitte Na herzlichen Glückwunsch Na wie, war wunderbar Es wird, es wird etwas More aggressive Wie man so schön sagt, ne? Jesus Christ Da kommt er ruhig Aber Gott Man muss genauer jetzt hinschauen Sie zeigen sich nicht mehr so oft Also nicht mehr ganz Man sollte also tunlichst genau hinschauen Ob wirklich auch keiner da ist Ja hallo Nice Wieder etwas, was mir tierisch gefällt Das, das Erschwert ja die Aufgabe ja schon ein bisschen mehr Weil die ganze Zeit hat man sie ja eigentlich Fast ganz gesehen Und jetzt sieht Ihn sieht man noch gut Aber ihn hier rechts Der zeigt sich ja nur noch zum, äh Drittel würde ich sagen Wenn überhaupt Oder zum Viertel Es wird alles jetzt etwas schwieriger, ne? Gott sei Dank habe ich Keine Probleme mit den Taschenlammern Ich darf, ich darf, ich darf nur nicht die Mitte hier aus dem Auge verlieren Weil den erkennt man sehr schwierig, ne? Ah, jetzt zeigt er sich wieder ganz Hau ab Crazy Also im Monitor schauen, damit ich das wohl glaube ich erst, vorerst mal nix Würde ich sagen Würde ich sagen Aber wirklich cool Aber wirklich cool Ach Wahnsinn Es macht richtig Spaß, Leute Versteht ihr? Ah Das hier ist Seelenweller Der Sack Hat er gedacht Er kann sich da verstecken, ne? Ja, nicht vor dem Brust, ich meine Ich meine Ich meine Die Mitte kommt keiner Left side auch nicht Hau ab Hau ab Crazy Diese Atmosphäre ist einfach genial Ich weiß, ich wiederhole mich Entschuldigung Aber wenn einem etwas gefällt Dann muss man das immer wiederholen Ich weiß auch nicht Ist doch normal, oder? Weil man von etwas gehypt ist Und wow Da möchte man seine Freude teilen Mit den Freunden Ja Nur nicht der nächste Mitte Du hast deinem Auge verlieren Rausch den Mann Bei deiner ganzen Hektikode Du machst 5FM Hau ab Hier kommt keiner Mitte auch nicht Left side Right side Ich hab's voll im Griff, oder? So schlecht bin ich gar nicht mal, ne? Würde ich sagen Also ich geb mir Mühe, ne? Really? Really? Jesus Christ, hau ab, her Nein, wir haben gleich die Nacht rum Hoff ich doch Just strike STRIKE BABY! Night pass Good job Yes Holy moly Ja Freunde Das war Nacht 3 Nacht 4 von Certain Call Apilo Ich werd's natürlich weiterspielen Ich hoffe ihr habt immer noch Spaß daran Mir Ich hab auf jeden Fall Spaß daran Ich bedanke mich bei euch für Süße Ich würd mich freuen wenn ihr wieder einschalten würdet auf eurem rausgeladen Bewertet auch das Video Schreibt was in die Kommentare Und falls ihr noch kein Abo habt Abonniere aufs Griff drücken Press that button To subscribe my channel Und klicken die das Leben Ich schau live Hab Spaß miteinander Und dann fahr also nicht um Bis zum nächsten Mal Ich sag schön bei dir und fingerlinge und Euer Hostingleiter Say goodbye Good night Huuu Halb halb